Herzliches Willkommen bei MX1X2. Wir sind hier in diesem kleinen Dörfchen Steinhagen auf der Strecke des MSC Nordforperman. Momentan gehen wir jetzt gerade die Strecke ab für morgen. Hoffen, dass soweit morgen alles klappt. Halt auch mit dem Motorrad, weil es in Wartung ist wegen einem klitzekleinen Malheur. Der Fahrer der Crew hat sich nämlich vier bis fünfmal überschlagen und fast ein kleines Kind mitgenommen. Aber ja gut, habe ich gesagt, er hat ein kleines Kind mitgenommen. Auf jeden Fall die Strecke ist eine Anfängerstrecke. Also man kann Anlieger üben, also Anliegerfahren üben. Ja, das war es eigentlich auch. Also Kurve an Kurve und Sprung an Sprung und ja, ist alles ein bisschen kompliziert. Ja, also da sind halt wie eine Wand ein bisschen. Wie gesagt, Motorrad ist momentan in Wartung. Dann wird morgen noch mal alles vorbereitet, wird morgen noch mal alles eingestellt. Wenn damit alles richtig läuft, denn sehen wir uns morgen früh in alter Frische. So einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es gerade kurz nach neun. Heute bricht der zweite Tag an in Steinhagen. Heute ist halt das gesagt, Dürfen und 20 plus 2 und da werden ein paar Shots gemacht und ein paar Videos und ja. Bis denn. So, ähm, der zweite Tag endet auch so langsam. Wir haben es gerade 19 Uhr und noch was. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir nochmal den Streckenweg ab von dem Fahrer, weil er hat sein, wie heißt das? Analstöpsel. Seinen Analstöpsel verloren und wir versuchen den jetzt irgendwie wieder zu finden. Wir werden uns morgen früh nochmal melden und euch weiterberichten, was morgen denn noch so ansteht und morgen ist ja dann auch schon der letzte Tag. Tschüss. So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist mitten in der Nacht und ja. Wir haben vorhin so den Tag nochmal ausklingen lassen, haben ein bisschen besprochen und so, was jetzt nur morgen und so alles ist. Und, oh scheiße, ich hab wirklich so am Brand. Und ja, haben ein bisschen getrunken und der Fahrer auch genauso viel trinkt, wie er redet. Schläft halt mit Helm. Also, ja. Wir sind schon eine komische Truppe. Wir bestehen zwar erst noch aus zwei Leuten, aber die Crew wird schon noch größer. Und ja, gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Der dritte Tag ist angebrochen in Steinhagen. Nachher ist auch Training. Da werden wir dann auch noch zwischendurch weiter filmen. Und ich bin absolut müde. Und das Wetter sieht jetzt nicht so prickelnd aus. Also, ja. Moin, alter. Also, wir hoffen, dass es noch regnet. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Aber wir hoffen nicht, dass es wieder so warm wird wie gestern. Und bis später. Bis zum nächsten Mal.